Ähm, hi. Äh, Nieps, blieb blieb blieb, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist das wirklich schon so lange her, dass wir zuletzt was aufgenommen, beziehungsweise, ähm, hochgeladen haben? Nieps. Kann mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so lange vorhüste. Wie dem auch sei, ich wollte jetzt mal diese ganze kleine Pause, kleine Pause in Anführungszeichen, ähm, beenden, indem ich mal ein neues Projekt anfange. Keine Sorge, Wessel wird auf jeden Fall weitergemacht. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mal dieses wunderschöne Häckchen hier spielen von Super Mario. Ist natürlich blind, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ich glaube, lesen könnt ihr selbst. Almost finished, so prepared to surrender. Ja. Okay, wunderbar. Schaut auf jeden Fall schon mal lustig aus. Wieso sind hier zwei Levels freigeschalten? Äh, Safe State Abuse ist natürlich mit inbegriffen. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in den nächstbesten Goomba rennen. Uäh. Doch nicht. Ab und zu muss ich mal auf die Uhr gucken. Diesmal wird es ein bisschen länger. Das werden wahrscheinlich eins oder zwei Parts oder vielleicht sogar drei. Je nachdem, wie ich Lust habe. Uhuhu, Drogen. Wenn ihr mich sehen könntet, wie ich hier gerade aufnehme, dann würdet ihr, glaube ich, oriental denken. Ich habe keine Ahnung, wo mein Headset ist. Deswegen muss ich, ja, Alternativen. Lol. Musste ich Alternativen suchen? Das ist verstörend. Und deswegen liegt mein Logitech-Mikro auf meiner O-Soft-Packung vor mir. Ich habe das nie gesagt. Dieser Koopa schaut irgendwie grantig aus. Kommt bestimmt aus Franken. WAH! Eui, 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 es ist kalt. Oh Mann. Na, ich bin mal gespannt, was dieser... Was geht denn ab? Was dieser Hack hier so in petto hat. Wie gesagt, der ist blaha-ha-ha-hind. Ips! Was bist denn du? Ähm, was... Ach ja, was Bab Daniel betrifft, ich weiß jetzt nicht, wann er sein... Und ob, oder... Ne, doch, bestimmt ob, auf jeden Fall. Ähm, wann er sein Crusader weitermacht. Ich glaube, da warten nämlich auch ein paar schon. Darauf. Aber ich denke mal... Wenn er seine... Wenn er Zeit gefunden hat, dann wird er da auch weitermachen. Und diese Level war ziemlich easy. Wieso habe ich eigentlich einen Schal? Oh, mein Bauch. Ich hoffe mal, es sind nicht so viele Nebengeräusche hier. Wie gesagt, ich habe kein Headset auf. Kick. Ah! Das ging jetzt doch etwas... Ja, nicht so nach Plan. Ach ja, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt wegen diesem Mikro ein Echo zu hören sein wird. Was ich glaube, ich aber glaube, ich werde beim nächsten Mal, wenn ich aufnehme, mein Headset mal wieder rauskramen. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin jetzt immer noch von Drama-Mystery gewohnt, falls ihr das kennt. Eiks. Dass ich von Wänden abspringen kann. Aber dem ist ja nicht mehr so. Chuck. Äh, hu. Alles okay? Boing. Äh, Yoshi, du schaust etwas strange aus. Monty. Nanani. Spuch. Du, da geht es nicht weiter. Das war scheiße. Wie gesagt, ich bin etwas außer Übung. Das ist okay. Eigentlich war ich nie in Übung. Aber allgemein. Aua, aua, aua. Hier bleib du... Ah, dummer Dino. Ja, ich bin schon ruhig. Liebes. Ii, geht. Warte. Ah. Skype. Ah. Geh weg, danke. Ja, Yoshi ist doch ganz praktisch. Ich habe zwar keine Ahnung, was diese Furzwolke von Yoshi bewirkt hat. Außer, dass er mir noch 100 Punkte gegeben hat. Aber das ist ja egal. Wer WhatsApp-t mich denn da an? Ach, egal. Bin am Zocken. Mole Ruins. Zwei. Musik gefällt mir schon mal. Wo ist Yoshi? Nutzloser, dummer Dino. So, und ich bin mal gespannt, was für eine Power-Source der Bowser gemeint hat. Ich erwarte eine schöne Story. Uuah. Oh Gott. Okay, das habe ich noch drin. Waghalsige Aktionen und das war doof. Tschüss, Pings. Ups. Dragon Coins interessieren mich nicht. Ah, schön. Der erste Tod. Bin überrascht, dass er erst zu spät kam. Dafür kommen jetzt alle Gewalt. Wie habe ich das vermisst? Wie habe ich das vermisst? Wie habe ich das vermisst? Und, oh mein Gott. Ach, da ist ein... Ich habe sie gesehen. Dafür sehe ich den hier umso besser. Jetzt, boah. Dann denkst du mal, ich echt offline in Skype, weil das irritiert doch etwas. Pief. Iiii. Hörerlo. Im Fluch speichern. Popo küssen. Da ding. Na 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 na. Piep. Äh. Scheiße. Au. Hopper Lake. Bis jetzt ist es noch nicht so wirklich außergewöhnlich. Ix. Ja gut, aber Ganz ehrlich Um an Drama Mystery, glaube ich Und an Bruto Mario ranzukommen Da müssen sie sich aber schon ziemlich ans Zeug legen Aber ich, oh mein Gott, dieser blöde Panzer Oh Gott So, wo ist die Säge? Und ich mal Landschaft genießen Oh Gott X Lasst mich in Ruhe Ja, ich mach immer noch komische Geräusche Schwimmen Tod Feuerblume Feuerblume Ja, ich will hier raus Dankeschön Wie romantisch Ich erwarte immer noch Kugelwillis Äh Ja Ach ja Äh Klips Ich doch sowas liebe Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war Nein, was nicht Scheiße So, losfahrt zu Ende Zack Goal Woosierblume 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 Ah, wie schön Lakeside Castle Wollen wir mal Ich liebe meine übermütige Haus Ähm Ähm Toll Ich hab wahrscheinlich wieder den besten Weg gewählt Kreissäge Vielleicht mal Dankeschön Du gestattest Wumpi Dankeschön Scheiße Oh Mann Oh Mann Will da rein Boah Alter Das war geplant Oh, okay Oh Gott sei Dank Das geht jetzt nicht so ganz nach Plan Tschüssi Mein Gott, was für ein spannendes Schloss Aber vielleicht komm ich ja noch rein Ich hoff's mal Beaks Blblblblblblblbl Kipp Ah Sehr schön Knochen trocken Ja Bumm Juuu Tschüsschen Also von der Schwierigkeit her geht's bis jetzt ehrlich gesagt auch noch An sich ist es eigentlich ziemlich einfach Ich hoffe mal das nimmt etwas zu Mh Mh Na gut Ich seh mich nämlich selber so gern fehlen Komm ja nicht mal hier klar Mim 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 Ich glaube aber bevor ich Ähm Den Zweiten Teil aufnehme Das wird auf jeden Fall heute noch sein Boah Mh Mh Werd ich was essen Oh nein mein Cape Ach mach mach Egal Wer hätt's gedacht Papierknochen trocken Oh ein Boss Ach so Bis jetzt noch ziemlich einfach, bis jetzt noch nicht wirklich spektakulär. Wie gesagt, keine Ahnung, was da noch so kommt. Ich hoffe, etwas Tolles. Bomb. Da muss ich jetzt dann wohl hochkrax hellen. So, ich mache jetzt hier trotzdem mal ganz kurz 5 Minuten Pause, damit ich mir wenigstens noch einen Pudding einverleiben kann. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich bin gleich wieder da, Leute.